herzlich willkommen zurück liebe leute zur neuen aufnahme von sowjet republic workers and resources ja ich habe offline ja wie ich schon besagte ein bisschen laufen lassen haben wir auch noch mal die zug geschichte angeschaut das alles gucken wir uns jetzt mal zusammen an und vor allem auch deswegen habe ich das overlay aufgerufen das thema müll denn da hatten wir auch einige probleme sage ich euch wie ich das dann nach langem hin und her auch klären konnte also hier läuft soweit alles jetzt soweit gut wir haben hier ein signal eingesetzt das mal für euch so zu info es gibt jetzt so dieses chain das verkettete zugsignal und das achtet eben auch auf das vorsignal insofern so wie wir es jetzt stehen haben passt das nur trotzdem sind natürlich wartezeiten da weil die beiden natürlich auch relativ lange sind im laden aber das ist jetzt eine zukunftsgeschichte wir wollen ja an die kohle dran gehen das habe ich mir auch angeguckt hier oben und dann werden wir einen dieser züge die momentan die ressource eisenerz holt genau den werden wir auf jeden fall dann rausnehmen und werden den für die kohlproduktion benutzen den anderen etwas größer machen wir haben ja jetzt eben zwei bahnsteige wo die rein können an der eine bringt das stahl und der andere braucht dann eben ein bisschen länger und dazu stehen wir könnten also wesentlich mehr machen wenn wir hier mehr eisenerz hinkriegen würden das ist das große problem die produktion wird immer wieder brach liegen auch die von stahl mitarbeiter sind im prinzip nicht im einsatz obwohl sie da sind ja das ist eigentlich nicht gut so wie es dann letztendlich doch aufgebaut habe wie gesagt erster spielstand man macht die fehler und da lerne ich auf jeden fall raus aber wir machen jetzt das beste draus trotz alledem gucken wir mal kurz rein wenn wir uns jetzt dann um kohle kümmern würden wir haben bisher insgesamt für fünf also das war nicht alles hier für insgesamt wo sind wir 55.000 euro kohle importiert das können wir uns sparen und insofern wäre das natürlich auch ein ganz großer schritt den wir da machen würden zum thema plattenbauteile das ist das was man als erstes nach der geschichte mit dem müll machen was ich euch jetzt seile denn die fabrik ist fertig und auch diese 66.000 die wir importieren können wir größtenteils einsparen wenn wir natürlich dinge selbst bauen also nicht anders und selbst bauen und sofort bauen denn was mal so dann werden wir natürlich plattenbauteile auch quasi vom markt kaufen das wird immer wieder mal passieren aber einen großen teil davon können wir sicherlich auch einsparen und das werden wir dann jetzt gleich angehen denn die fabrik ist fertig aber ich musste eine andere fabrik mal dazwischen bauen denn unser müll wie gesagt das war ein großes problem ich habe letztendlich die müllverbrennung noch mal dazu genommen die nehme ich jetzt allen müll der letztendlich hier in der müllbehandlungsanlage also sprich von dem ganzen sondermüll hier anfällt verbrennt den rest dann verbrennt und auch von der mülltrennungsanlage da trennen wir ja schon bauschutt metallschrott und auch plastikmüll ja und der müll der hier über bleibt dann arbeitet die firma ja nicht den lassen wir jetzt über ein verteilbüro quasi hier hinbringen zum verbrennen weil der restliche müll der ist jetzt dann noch zehn prozent biomüll dann eben mehr als 20 prozent brennbarer müll und eben sonstiger müll den wir so nicht weiter sortieren können also von daher denke ich mal ist das der richtige weg das funzt momentan ganz gut aufgefallen dass das ganze große problem weil wir hier nicht mehr genügend essen hatten weil wir letztendlich hier zu viel müll hatten also von daher das war immer die gleiche problematik gut dann können wir das mit dem müll overlay auch mal raus machen ihr seht jetzt hier da hat man eine schöne übersicht wo überall noch sehr viel müll liegt also hier zum beispiel an diesem müllplatz liegen jetzt fünf tonnen da können aber 52 tonnen liegen also von daher das meiste natürlich hier aber das wird jetzt nach und nach abgebaut ja also von daher das passt schon dadurch dass wir das diesen müll jetzt auch hier rüber schaffen arbeitet dann auch wiederum diese müll trennung generelle und dann wird wieder bauschutt gemacht wo wieder geld mitmachen und so weiter also das ist alles so das thema dann gucken wir uns noch mal ganz kurz zum bevor war dann in die geschichte gehen die zufriedenheit der leute an denn das ist ja auch immer ganz wichtig insgesamt liegen wir bei 86 prozent ja also diese häuschen zum beispiel 81 da ist die frage konnten keine ja das ist das mit der religion das ist eine große schwierige sache und wir wollten auch unbedingt mal eine sportgelände noch mal bauen da habe ich auch noch mal darüber nachgedacht kann man das eigentlich auch im overlay sehen das könnte man mich nebenbei mal bauen lassen hier der sportgenuss so genau der ist hier ein bisschen mehr ausgeprägt weil wir hier so ein basketballplatz haben hier im fußballplatz aber insgesamt ist das natürlich zu wenig dann gucken wir mal ob wir das nebenbei bauen lassen können ich sehe nämlich gerade sind so mehr oder weniger alle hier dann können sie ja da auch mal was tun so wo haben wir das denn wohngebiete sport ja das hallenbad gehört auch zum thema sport oder können 105 leute rein 90 175 die große sporthalle wie wäre es denn über die sporthalle das war ja auch schon mal eine idee hier neben der schule bauen das ist ja meistens immer so ein thema wir gucken mal wie die leute dann dahin kämen ja das würde dann mehr die hier tangieren ein bisschen schlechter haben dies ja gerade mit dem sport dann lasst uns dort haben wir hier diesen streifen auch noch wo ich auch schon mal dachte da können wir was draus machen sporthalle in hallenbad 90 leute wie werden im hallenbad das würde jetzt den ganzen kern hier betreffen wenn ich das hier hinsetze überall da wo metallo bestehen die kämen dann quasi dahin wenn ich das in die richtung setze und das sind ja schon die die eigentlich den sport so nicht haben lasst uns das machen dann bauen wir das hallenbad mal als erstes und gucken mal wie sich das dann insgesamt verbessert das können wir gut hierhin bauen ganz gut die ressourcen haben wir alle plattenbauteile brauchen wir dafür nicht von daher passt das dann lassen wir bauen wir gucken mal hier vorne war glaube ich noch so ein weg den wir noch mit rein nehmen die könnten von der straße aus kommen aber ist natürlich schöner wenn sie das dann über ihre gehwege machen das geht auch noch frei zum bau dann ist alles in ordnung können wir auch auf play machen dass die da auch loslegen und dann wird das hier besser das überlegen lassen wir mal raus dann gucken wir uns die plattenbauthemen an haben wir hier verbindungen sind alle da habe ich schon geprüft auch die können dann müssen wir echt immer dahin gucken den müll jetzt auch weg bringen denn das ist ja der sogenannte müll container im gebäude der muss natürlich auch leer werden das bringen wir natürlich dahin wird wiederum abholt ach ja das habe ich auch noch gemacht ich habe jetzt noch mal die technischen betriebe einmal komplett nur diese container geschichten und auf der rechten seite haben wir dann nur die normalen die die müllbehälter der häuser quasi mehr oder weniger abholen also von daher ein zweites kostenloses damit wir da auch besser aufgestellt sind so was brauchen wir jetzt hier für unsere plattenbauteil fabrik da brauchen wir zement und kies strom hat es ja das fehlt auch hier oben mitarbeiter sind schon da war da hatten wir hier die mittel die erhaltestelle hingemacht übrigens das noch schnell ausklicken also müssen wir uns nur noch um die anderen beiden ressourcen kümmern und die haben wir ja und deswegen ist das ja eigentlich eine diese sache wir haben jetzt zement ja und wir haben hier den kies ja und das können wir relativ schnell dann darüber bringen und das machen wir auch zum beispiel mit kies anfangen holen wir uns mal einen von den dicken panzern und das war der technische dienst wo haben wir es da haben wir unser straßendepot da brauchen wir nämlich auf jeden fall ein kipper für das ist ja der große mit dem können wir dann auch am besten arbeiten würde ich sagen er ist zwar langsam aber er hat ja keinen langen weg so den nehmen wir uns sagen ihm manuell das machen wir es nicht über das verteilzentrum ich denke mal da wird die produktion schon groß genug für seine kann man fast den zweiten nehmen wir laden jetzt hier einmal kies ein und das sollst du hier wiederum entladen das ist dein job let's go dann fährt der herr jetzt los wie gesagt der ist ein bisschen nahm beim zement das soll bleiben im zement brauchen wir glaube ich ein anderes fahrzeug die die staub staub gut behälter genau da gibt es einmal den für sieben tonnen und den für neun tonnen ja wenn wir schon 25 tonnen da vorne hin bringen dann sollten wir auch mit dem großen hier arbeiten auch das machen wir auch das machen wir manuell der soll nämlich dann staub gut lager quasi und soll es dann den platten bauen bringen auch dort das b laden das entladen von zement an dann bringen wir jetzt zement und platten ach so ich muss ihn noch los schicken fährt mir gerade auf dann bringen wir das jetzt an den mann wo ist der dicke der ist schon hier erstmal ein bisschen schneller wird spiel jetzt laufen das wollen wir natürlich grundsätzlich nicht der ist jetzt auch erst bei zehn tonnen der ist auch vom baubere der bringt den kieß weg ja das war jetzt der verkauf von chines ich glaube dass wir damit fast aufhören sollen aber es ist irgendwie behindert dass jetzt ein bisschen ne er hat kein weg finden oder was dann ist die mann sondern weil er hier drin ist und er sagt startet an Strasse er ist ja auch hier reingefahren Strasse nicht das Problem sein Strasse die Straßen gehen ja bisher auch Probleme über Probleme, wo liegt es denn jetzt wieder dran? der hat zumindest auch Zement geladen guck mal da fährt der Dicke fährt da ja auch rein, ah ja jetzt fährt er los da kann doch hier herfahren, ich meine da ist er ja auch reingefahren so der Dicke hat Kies gebracht aber den Zement ja Leute da ist doch mal wieder eine Frage, warum er da nicht durchfahren kann alle anderen fahren hier durch ich wusste nicht warum er das nicht tun kann ja ich glaube es ist mal wieder Zeit für einen Break, Leute kurz kurz schlau machen wir sehen uns sofort wieder bis gleich Leute ich bin zurück und das ist manchmal echt alles so einfach schaut euch mal an, unser Anker ist dadurch jetzt allerdings weg aber wenn man mal hier auf Straße klickt und eine neue Straße bauen will dann sieht man, dass es hier Ein- und Ausfahrten gibt also der konnte hier nur rein fahren, aber nicht raus fahren und jetzt habe ich hier die Ausfahrt gemacht also die müssen wir jetzt nicht nutzen und dann funktioniert das ich habe aber jetzt alles versucht ich habe nicht an diesen Fehler gedacht ich habe hier jetzt noch so eine Be- und Entladestation für Staubblut gemacht das ist ja echt krass, ne? habe hier alles für umgestrickt musste die Wassergeschichte weg machen habe die Stromgeschichte hier rüber gemacht damit ich gerade eben noch hier die Straße, die jetzt ziemlich außergewöhnlich ist da durchkriege, aber es funzt wir gucken uns mal kurz diesen Weg jetzt an jetzt habe ich auch ein anderes Fahrzeug ich dachte, wer hat das Fahrzeug einen Back? also unglaublich, unglaublich aber es ist egal, es funktioniert der kann jetzt 7 Liter Zement laden und das ist ja auch völlig in Ordnung mal gucken, ob er relativ fix auch lädt ja, das geht bei ihm recht schnell 222 Rubel würde das kosten aber dann fährt er über unten so einen schönen alten Anker dann wieder zurück also, ja, manchmal hat man ein Brett vorm Kopf es würde wahrscheinlich jetzt auch die Anlieferung hier funktionieren aber jetzt habe ich es umgestrickt und jetzt bleibt es so jetzt kommt hier also Zement an und ihr seht, durch das Kies entstehen jetzt auch die Plattenbauteile also von daher ist das auf jeden Fall die Produktion erfolgreich und jetzt müssen wir natürlich noch was umstellen ich gucke auch mal kurz 41% sieht es beim Hallenbad aus das war gerade ja das Thema jetzt müssen wir natürlich umstellen und denen hier sagen ne, den waren es gar nicht, das Verteilager war es oder? ja genau, dem Verteilager müssen wir sagen dass sie keine Plattenbauteile mehr am Zollhaus laden sollen auch keine mehr im Freilager hinbringen sollen sondern, dann geben wir ihm einen neuen Auftrag Fahr zu der Plattenbaufirma genau, das ist dies dann natürlich ganz unten und ladet dort dann die Plattenbauteile so, wir haben jetzt aktuell noch 38,6 Tonnen da jetzt müssten allerdings jetzt als nächstes dann wie gesagt die Sachen hier abgeholt werden dann sparen wir uns also für alles was wir zum Beispiel hier brauchen da brauchen wir jetzt nichts aber für die ganzen Häuser, die wahrscheinlich noch dazukommen werden sparen wir uns dann letztendlich auch dieses und können dann natürlich auch das ist jetzt das nächste stimmt, das können wir auch schon mal einstellen wir könnten natürlich jetzt sagen Verkaufplattenbauteile wir haben jetzt zum Beispiel gerade 22 Tonnen und die würden auf dem Meltmarkt gerade bringen pro Tonne 21,46 also auch dort würden wir dann quasi schon ein bisschen Geld machen ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt ich denke, dass das Lager, das Verteillager jetzt so klein ist so langsam naja, das hat ja mit dem Stahl auf jeden Fall funktioniert den bringt der ja immer wieder dahin das ist nicht das Ding jetzt, wie viel haben wir denn von diesen offenen ich glaube die Plattenbauteile mussten ja mit den offenen gemacht werden ja, zwei offene die dafür zuständig sind auch Bretter zu holen ja, die Ziegel werden da glaube ich nicht mit produzieren ähm, na gucken wir mal eben Bretter, Ziegel, doch Plattenbau und Stahl ja und die Kipper die Kipper waren glaube ich die die jetzt automatisch den Kies wegbringen oder war das automatisch ganz automatisch ja, das haben wir hier verteilt komm, dann hören wir mit dem Kies auf genau dann hören wir mit dem Kies auf den zu verkaufen wir können ja mal ganz schnell gucken ich bin gerade so am überlegen ob das so Sinn macht was haben wir bisher gemacht komplett mit Kies exportiert 18.000 Euro immerhin ne also es hat sich schon lange also mittlerweile die beiden Fahrzeuge haben sich dann schon lange gerechnet ne es ist echt eine schwierige Entscheidung ne ein größeres Verteilerbüro zu bauen wäre natürlich dann die nächste Option komm, dann lass uns das auch mal machen dann machen wir das jetzt auch aus Ressourcen also sprich das wir selbst bauen auf lange Sicht gesehen macht das sicherlich Sinn ich weiß gar nicht ob wir den Platz hier noch irgendwie nutzen können deswegen würde ich sagen wir lassen uns da mal so ein kleines bisschen Fläche drin äh Verteilbüro groß und oh ja das ist aber wirklich groß aber für die ganze Industrie Charge hier ist das sicherlich auf jeden Fall sinnvoll finde ich dann haben wir hier noch ein bisschen Platz für einen oder wir setzen nutzen den Platz hier und setzen das da rein dann haben wir den Platz doch gut genutzt fände ich auch schön dann könnten wir auch genau dann könnten wir den auch sagen du kannst auch nach rechts raus fahren wenn du das musst oder willst wenn wir hier andocken können 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 wir aber nicht da ist das andere Ding ne das ist der Plan geht nicht auf aber ist nicht schlimm wir fahren jetzt hier raus einmal rum und darum kommen ne das glaube ich nicht so ne kann man nicht aber nicht aber nicht aber nicht vielleicht noch mal ein bisschen weg machen und den direkten Weg suchen auch nicht Leute so dann ebenso gut freigeben aber selbst bauen bis es dann fertig ist dann können wir das kleine hier weg machen und ja oder vielleicht für was anderes nutzen wer weiß was da noch alles kommt gut ist auf jeden Fall dass wir Plattenbauteile jetzt hier haben und dass die dann auch irgendwann mal geholt werden er hat jetzt zum Beispiel gerade Ziegel gebracht jetzt würde ich mich mal interessieren ob er vielleicht naja jetzt holt er nochmal Ziegel und er hier würde jetzt eigentlich gerne mal sehen wir haben ja wie gesagt mit zwei dass einer davon sagt hier ich hole das jetzt und warum stehen die beiden Kipper jetzt eigentlich da rum ich meine wenn sie denn schon Kies achso wir haben denen gesagt die sollen Kies wo ist das denn überhaupt hier haben wir gesagt bei 30 Prozent wir brauchen den Kieser jetzt auch gut hier hinten kommt dann machen wir wirklich folgendes wir setzen jetzt ein was macht er Feierabend es kann auch sein dass Kommune und Plattenbauteile da sind auch da haben wir gesagt 30 Prozent Augenblick Freilager von 40 Prozent ok ja dann ist wahrscheinlich genug da aber ihr seht es kommt immer wieder einer da rein also das wird schon funktionieren sonst hätte ich jetzt gesagt wir setzen jetzt einen raus dann machen wir trotzdem den setzen wir jetzt ins Depot fertig und setzen dafür ihn hier da haben wir ja noch einen den setzen wir dafür ins Lager dann haben wir einen mehr ich glaube das ist insgesamt auf jeden Fall der bessere Weg gut Hallenbad liegt bei 69 Prozent danach geht es um das neue Verteillager bitte und ja dann können wir uns jetzt mehr oder weniger der neuen Industrie widmen die wir ja vorhaben also arbeitstechnisch haben wir noch gelügend also hier sind 200 Leute insgesamt jetzt gerade die warten es sind 328 Leute arbeitslos von daher denke ich mal ist es dann Zeit für eine neue Industrie wir können mal schauen was wir sonst noch machen könnten das sind die Bauteile die wir fertigen könnten dafür brauchen wir Stahl okay aber die brauchen wir jetzt selbst nicht so viel können wir mal gucken was die bringen mechanische und elektrische Bauteile die elektrischen bringen zum Beispiel 1300 aber ich glaube da können wir noch nicht so ran also da waren wir und die bringen 620 wenn wir sie verkaufen bauen wir 22 Tonnen Stahl den wir wiederum haben auch nicht schlecht ne wir haben ja den Platz neben der Stahlfabrik die ist ja grundsätzlich da um noch Industrie hier aufzubauen weil die einzige der einzige Nacht der der Kohle Geschichte ist dass wir hier sehr viele Leute quasi hier rüber schaffen müssen was ja geht ne aber man sieht dann unsere Straßen er würde jetzt hierher fahren wir müssten jetzt gucken dass wir hier irgendwie auch noch eine Straße hin machen sonst würde der komplett hier drüber fahren dass wir hier eine schnellere Landstraße hin machen auch blöd verpuffen wir ein bisschen den Platz hier ne erstmal gucken wir nochmal wo die Kohle überhaupt ist Elektronik übrigens da haben wir hier auch grad da brauchen wir für Kunststoffe Stahl und Chemikalien haben stellen wir alles selbst noch nicht her ne und die Urangeschichte dafür brauchen wir erst erstmal einen sich Uranärzt der ist auch nicht in der Nähe also von daher trotzdem mal schnell durchgeguckt ist das jetzt nicht das Thema Aluminium brauchen wir jetzt nicht so wahnsinnig viel da bräuchten wir Aluminium Oxid für das wiederum bekommen wir aus Broxid das ist nicht in der Nähe Stahl haben wir schon angegangen ja Chemie ist wie gesagt dann Öl dann werden wir mal eine zweite Stadt machen glaube ich ist das Öl Thema ein großes Thema die Kohle wollen wir gerade angehen und hier haben wir Kleidungsstücke, Kies, Bauwesen da haben wir jetzt schon mehr oder weniger fast alles gemacht Holz kann man noch machen aber mit Holz verdienen wir nicht viel also Kohle ich denke das ist das sinnvollste eine Kohle Mine wir haben hier oben in den kleineren Bergen haben wir zum Beispiel hier eine 67 prozentige Quelle die ist zum Beispiel schon sehr gut ja die liegt dann hier wo war sie? hier würde sie liegen hier würde sie liegen die fände ich jetzt zum Beispiel schon ziemlich nice wobei jetzt müssen wir aufpassen da sind wir hier so Verbindung also die Kohle Mine macht Kohlenerz und der muss wiederum verarbeitet werden in der Verarbeitungsanlage für Kohlenerz also wenn wir den jetzt hier hin machen würden wir haben ja auf Pausen die haben wir nicht 66 prozent ich mach mal eben auf Pause damit wir uns das angucken können 66 gucken wir mal ein bisschen hier 67 sogar dann machen wir das und jetzt ist die Frage ob das zweite Ding hier hinpasst ja das passt da hin da muss man echt auf diese Verbindung achten ach nee guck mal der ist auf der anderen Seite ist aber nicht schlimm das können wir abreißen das ist ja diese Werksverbindung wofür man die jetzt sagt da kann man zum Beispiel das Stahlwerk natürlich direkt hier anschließen klar aber wir brauchen eigentlich genau die andere Seite nämlich diese Verbindung ist aber das selbe wir müssen nur eine Straße daher kriegen so das wäre das und dann wäre die Verbindung hier die Eingänge und darunter kriegt man ja sicherlich eine Straße her das können wir auch vorher testen dann ist aber wiederum die Frage dann die haben Ausgänge auf der Seite für letztendlich den Bahnhof so wäre es auch gut dann kriegen wir die Straße sowieso problemlos da weg und wir kriegen den Bahnhof da vielleicht hin so ist jetzt der Gedanke so dann brauchen wir nämlich Bahnhof für Fracht für Flüssiggut für Schüttgut das wäre die Kohle beladen so der sah dann wiederum so aus und da hätten wir die Möglichkeit hier so ist es noch besser dann würde der Zug jetzt da dran fahren und würde dann hier abfahren aber auch das sollten wir vorher mal testen denn nicht dass das irgendwie zu steil ist und da wieder irgendwie keine Schienen hin passen die Idee wäre nämlich letztendlich die auch wiederum weitläufigere Idee die Stadt ist ja irgendwann muss hier auch mal vorbei sein wir können eine zweite Stadt dann machen wie gesagt hier hinten wenn man eine Riesenbrücke bauen keine Ahnung was die kostet ist hier ganz ganz viel Öl also hier könnten wir wirklich eine Stadt entwickeln die sich um Öl kümmert ist auch nicht gar nicht so groß möglich also eher so eine Arbeiterstadt irgendwie aber ich weiß nicht was kostet so eine Brücke kann man das überhaupt sehen wir sind ja gerade im Dingsmodus Betonbrücken bauen kann nicht über Wasser enden guck mal der ist sich schon zu klein aber doch da geht es das kostet 391 Tonnen Asphalt 4445 und Kies aber das sind alles Materialien die wir zum Beispiel selbst herstellen und die jetzt nicht so teuer sind also von daher dann wäre das möglich das nur mal zum checken aber dann würde die Stadt dann quasi hier so enden und wir könnten ja hier zum Beispiel dann noch das ganze bauernmäßige also sprich Pflanzen und so weiter herstellen also ich würde mir das hier so vorstellen können aber das nehme ich dann relativ schnell zu unserer Pflanzen oder Nahrungsmittelfabrik bringen können das würde mir eben auch gefallen der Bauernhof ist es ja den wir dann letztendlich brauchen sind jetzt viele Ideen aber man muss ja vorausplanen aber deswegen denke ich dass wir die Schienen genau hier runter ziehen können und dann würde das mit unserer weiteren Planung grundsätzlich passen denke ich mal abflacken später es geht schon los mach das einfach mal so ja das würde schon funktionieren was kostet eigentlich so oder was ist eigentlich der Stahl brauchen wir Plattenbauteile wenn wir das selbst bauen würden deswegen müssen wir nicht immer ganz gerade fahren so und die Idee wir kommen ja jetzt hier überhaupt nicht mit der Kohle letztendlich dran das ist auch so eine Sache das kann man auch anders besser machen definitiv also ich könnte sicherlich jetzt hier so einen Bogen rüber machen dass die hier rein fahren aber ich habe da jetzt nicht so ein wahnsinnig gutes Gefühl bei kann es sicherlich mal probieren ich meine wenn man jetzt hier jetzt diesen Turn nimmt weil wir hier auch jetzt gerade rumgefahren sind Bahnübergang ist nicht erlaubt ich will ja gar keinen Bahnübergang machen so jetzt zum Beispiel natürlich wäre das die direkte Verbindung die andere Möglichkeit ist übrigens hier dann so ein Zwischending zu machen aber das ist dann schon die bessere Variante wenn wir den voll darüber bringen wie viel können denn eigentlich Kohle hier gelagert werden 150 Tonnen keine Ahnung wie lange die damit hinkommen aber grundsätzlich ist das möglich sieht noch nicht schön aus der Bogen auch nicht ganz immer noch nicht ganz aber jetzt ja so das wäre jetzt die komplette Geschichte dann kann der quasi hier rein muss natürlich aber das Signal ist ja da kann hier rüber fahren wenn alles so läuft also ich sage ja manchmal läuft alles bescheiden haben wir ja zuletzt gesehen und dann kann der das hier entladen dann brauchen wir das gar nicht noch zusätzlich ist letztendlich vielleicht dieselben Kosten als so viel Gleise zu verlegen wobei ich jetzt sagen muss das gefällt mir auch noch nicht ganz so schön das können wir nochmal neu setzen sparen wir wahrscheinlich auch ein paar Meter kommen wir mal von hier soweit ist es übrigens schon dass ich die Melodie im Auto nachpfeife hier die Musik ist ja ganz nett so das ist schöner die Kurve ist jetzt kein Burner aber schöner so und da mit unserer schnellen Bahn die wir da hinten haben ich kann mir das gut vorstellen heißt aber natürlich auch wir müssten letztendlich alles mehr oder weniger selbst bauen also sonst kommen wir da auch nicht schnell an dem Rest wir haben noch 5,7 Millionen also letztendlich von den 9 Millionen die wir hatten oder hatten wir 10 weiß ich gar nicht wir machen hier sogar Plus ähm haben wir schon einiges ausgegeben aber wer nix wagt der nix gewinnt ja wir müssen natürlich jetzt auch erstmal Straßen hier hin machen das müssen wir ja sowieso noch fällt mir grad ein das stimmt bevor ich bestätige müssen wir gucken dass die Straßen da raus kommen also hier oben rum ist ja gar kein Problem hier unten rum auch nicht ist eigentlich nirgendwo ein Problem doch wir müssen hier drüber eine Brücke drüber bauen eine Brücke ich und Brücke vielleicht machen wir die das fände ich eigentlich ganz nice parallel zu der ähm zu den Bahngleisen hier parallel bauen haben wir eingestellt warte mal ich mach jetzt mal wirklich mit dem Raster weil wir haben einmal und die Straße können wir ja dann erstmal selbst bauen lassen so wir müssen mit der anderen anfangen aber bis hierhin können wir das schon mal ziehen machen wir noch ein bisschen Platz achso wir brauchen ja auch noch ein zweites Gleis ne ich depp wobei wenn wirklich nur ein Zug fährt das können wir immer noch machen dann machen wir den halt hier raus wir versuchen das mit einem Zug hinzukriegen und schauen dann mal und sonst können wir das immer noch auf der anderen Seite machen alles gut vielleicht reicht das da sparen wir uns ein bisschen Stahl eine Karre weiter reicht so dann wäre das die Verbindung jetzt sind wir doch hier ein bisschen schief geraten mach nichts natürlich müssen wir uns auch das Wasser ist ja hier das kein Problem wir müssen uns den Strom rüber ziehen das wird das ja Problem nicht aber spannendere Thema achso Brücken hier war eine Brücke nötig kommen wir hier eigentlich unten drunter dann brauchen wir nur eine Brücke oder wir gehen hier raus das ist die Idee okay kommen wir hier schon nicht durch das ist schon bescheiden ne dann bringt das auch nichts hier können wir hinten rum gehen und dann müssen wir hier echt eine Brücke bauen ich würde hier aber mit Kies weitermachen da hinten setze ich gleich eine Brücke hier kommen wir so raus und dann müssen wir natürlich noch gucken wo wir dann den Busbahnhof hinsetzen der die Leute dann letztendlich dahin bringt so stelle ich mir das vor sonst haben wir hier hinten noch was wo kommen wir denn da raus achso da können wir hier andorgen oder und jetzt komme ich immer auf die kleine Maustaste deswegen rutscht das hier so ab aber so stelle ich es mir vor wunderbar so jetzt wäre die große Frage eine Bushaltestelle wäre eigentlich hier so richtig ne ich denke mal dann können sie überall hin dann machen wir die da hin wie viele Leute brauchen wir denn ich glaube wir machen so eine 200er oder es gab auch diesen Busbahnhof den wir da mal gebaut haben hier für 600 aber so viel wie viel arbeiten denn da das könnten wir erst mal gucken dup 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 fossile Brennschauffe hier aber in 15 und hier aber in 220 in der Kohlemine naja das ist ja schon was ne aber wie gesagt ja nicht alle gleichzeitig also ich glaube dass wir mit den 200er hinkommen sag ich jetzt mal dann ist er hier dann ist er hier so gerade machen so und dann wären die Wege dazu das ist ja echt ein Megaprojekt ne ne das machen wir anders kommen die hier rum das ist schon mal gut ne 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 so hätte ich mir das vorgestellt dann sind die die jetzt fehlt es nur noch von ach nee das ist der Bahnhof dann arbeiten ja keine ja so würde ich mir das vorstellen ich weiß nicht ob es funzt aber das werden wir sehen wenn wir das ganze anstoßen aber ist doch mal ein Projekt oder also ich finde es gut wir können es ja auch laufen lassen solange wir es hier nicht bestätigen wir können es wieder nicht bestätigen seht ihr das das hatten wir ja schon mal das Thema ach ne dann kommen die ja und wollen da bauen ok ne dann lasst uns das beim nächsten Mal weitermachen ich guck mal irgendwie sieht es denn hier aus hier sind wir bei 90% und äh hier haben wir noch nicht angefangen nö aber gut doch mit der Straße haben sie schon angefangen guck mal wir haben 64 Tonnen Plattenbauteile und hier haben wir auch noch 38 Tonnen ich glaube die haben auch gar nicht gebraucht brauchen wir denn die jetzt hierfür aber wir müssen das so bauen oder wie lang sollen die alle unterwegs sein wir können die Straße wie gesagt so bauen lassen das fände ich jetzt okay aber den Rest dann würde ich sagen eben nicht geplante Infrastruktur mit Ressourcen bauen das sagen wir erstmal ja jetzt ist das Dingelchen wieder da dann bestätigen wir das aber ich würde wirklich sagen dass wir die Sachen auf jeden Fall bauen und so ein bisschen Straße ja Schienen Schienen machen wir auch so gut Leute aber ich finde das gut ich wollte gerade sagen wo ist meine Straße hin ich dachte gerade wer hat die gelöscht hier sind wir alles gut gut dann sieht es gut aus würde ich sagen dann machen wir da beim nächsten Mal genau weiter ich sage danke fürs zuschauen ich hoffe ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei bis dahin macht's gut und wie immer bleibt gesund Ciao Ciao